Würde mich gerade mal interessieren. Die anderen haben uns schon wieder beleidigt. Oh, wieder die Voltarm-Sternenvereinigung. Gleich erforschen. So, wie schaut's jetzt hier aus? Alles futsch. Die Messwerte stammen von einer kleinen Metallkapsel. Wissenschaftsoffizier Peng Liang hat sie als Rettungskapsel uralter Alienbauarten identifizieren können. Offensichtlich ist sie vor Äonen am Rand der Gravitationsquelle des Schwarzen Loches gefangen worden. In einem Winkel, der fast einem perfekten Slingshot-Manöver entspricht. Ob das aber absichtlich oder zufällig geschehen ist, kann nur schwer beurteilt werden. Die automatischen Triebwerke der Kapsel kämpfen jedenfalls seit dieser Zeit gegen den Ereignishorizont an. Die Kapsel ist dem Horizont nun schon zu nah, um noch geborgen zu werden. Nach dem abrupten Ende des Berichts von Peng Liang meldet die Besatzung der Konquistatore, dass der Wissenschaftler vom tragischen Schicksal der Rettungskapsel erschüttert und zutiefst besorgt zu sein scheint. Was? Warum? Ist doch nur eine Rettungskapsel, Junge, mach dich doch nicht so runter. Und wir haben nur noch sieben Energiecredits pro Monat. Das sollten wir vielleicht doch schön langsam mal aufrüsten. Voltarum Handelsposten? Mein Wort 2a war ein kleiner Voltarum Außenposten, wo sie mit mehreren benachbarten Zivilisationen Handel trieben. Oh Gott, das ist mir langsam wirklich spät. Irgendwann erscheint der Handelsposten in einer Art religiöse Einrichtung umgewandelt worden zu sein, wo die Voltarum versuchen, Alienhändler zu ihrer Philosophie zu konvertieren. Das ist ja sehr nett. Ach, hör auf. Ernsthaft? Handelsposten verfügbar. Oh, Anführer gestorben. Francis Howard von der Ocean. Das ist natürlich nicht so gut. Wir brauchen einen neuen Wissenschaftler. Weißt du was? Ich nehme mal Maria Batista an Bord. Und die Plasmawerfer sind fertig. Wunderbar. Oh, jetzt wird es interessant. Ich gehe mal hier auf rote Laser. Laser Verteidigungsmodul. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, und dann würde ich sagen... Achso, hat Fähigkeit vier oder höher. Dann brauchen wir das andere Forschungsschiff. Machen wir das mal. Dann kann er ja dabei hier die Systeme weiter erkunden. Kommt der da auch noch rüber? Tatsache, da kommt er auch noch rüber. Oh. Watt. Aufeinandertreffen in Mernatz. Sind wir auf unbekannte Aliens gestoßen? Okay, warte. Ich untersuche das mal gerade. Jetzt hätte ich gern gewusst, was das für Aliens sind. Hm. Ja, nee. Egal. Und ich glaube, wir haben viel zu viele Einheiten momentan. Produzieren viel zu wenig Energie. Okay. Können wir mit einem Konstruktionsschiff hier irgendwo in Außenposten hinsetzen? Alter, ganz ehrlich. Warte mal mit deiner komischen Anomalie jetzt. Ich bin gerade beschäftigt. Und das Handy meckert schon wieder. Achso, 4% Akkustatus. Ja, irgendwie ist jedes Mal, wenn ich das Let's Play aufnehme, der Akku leer. Das ist echt erstaunlich. Ähm. Ja, wo setze ich jetzt hier am dümmsten? Ich werde mal versuchen, hier in Außenposten hinzusetzen. Was haben wir denn? Über diesen Planet treibt ein verlassenes Schiff Zylos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, hier ist man rumvervorragend, scheint es sich zur Energiegewinnung auf die Sonne verlassen zu haben. Ja, können wir auch mal erforschen, wenn wir schon dabei sind. Special Project complete. So. Weltraumwolken. Die Untersuchung eines eigenartigen Haufens aus Trümmern und Weltraumstaub hat zu überraschenden Ergebnissen geführt. Es handelt sich um eine partikelförmige Wolke, in der eine mächtige Ladung unbekannten Ursprungs eingeschlossen ist. Diese Ladung sollte nicht in der Lage sein, einfache Reflexe zu zeigen, ganz zu schweigen von zielgerichteten Bewegungen. Und doch tut sie es. Entschuldigung. Aber ich werde langsam wirklich extrem müde. Vielleicht mache ich doch lieber eine längere Aufnahmepause. Die Videoübertragungen haben etwas unabstreitbar ominöses. Vielleicht gibt es Dinge im Universum, um die wir besser ein Bogen machen sollten. Situation Logo update. Okay, lassen wir erstmal in Ruhe die Typen. Hier haben wir zwei Strike Forces. Weißt du was, ich vereine die mal zu einer. Sonnensegler im Orbitum Quastan 3 haben ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich eine Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Äh, ja, schön. Wahrscheinlich von den Menschen selber noch entwickelt. Ach, die sind ja gar nicht angedockt, die Typen. Wäre vielleicht sinnvoller, wenn wir die zum Beispiel nach Durakus schicken würden. Nach Durakus zum Andocken. Das kostet uns dann nicht ganz so viel Energie. Die fünfte und dritte Strikeforce, wo sitzen denn die? Achso, die sind da auf Durakus. Dann sollen die mal hier nach, äh, nach Herpes fliegen. Sollen die sich mit den Flotten von Herpes vereinigen? Die schauen eigentlich eh recht cool aus. Kann ich die... Warte mal. Äh, F4? Nein, F5? Nein, F6? Nein, F7? Nein, F8? Nee, F9? Nein, F10? Okay. Zerstörer. Hatte ich den nicht angepasst? Oh Gott. Nee, den habe ich überhaupt nicht angepasst. Warte mal. Energiesauger haben wir auch. Plasmawerfer. Die Atomraketen machen momentan einen Schaden von 30 bis 50. Reichweite 90. Schaden 11, 31. Oh, die machen mehr Schaden, haben aber eine geringere Reichweite. Dann lasse ich das da weil mal so. Und hier könnten wir nochmal einen Kernspaltungsreaktor hinsetzen und ansonsten jede Menge Panzerungen. Tornado. Die Dinger nenne ich einfach mal Hammerhead. Speichern, jawohl. Und dann kannst du die anderen nämlich löschen, die Tornados. Die brauchst du nicht. Ja, die seien löschen. Und dann kannst du eigentlich mal die ganzen Jungs hier... Achso, Flotte verbessern geht gar nicht. Aber die hier könnte ich verbessern. Ist ja halt nett, wenn die auch andocken würden hier an dem Raumhafen. Jetzt haben sie angedockt, aber ich kann die Schiffe trotzdem nicht verbessern. Warum nicht? Verstehe ich nicht so ganz. Wieso lassen die sich nicht verbessern? Geht das nur bei Herpes oder wie? Ich schicke die mal zur Herpes zurück. Mal schauen, ob es funktioniert. So, was hätten wir denn da? Fusionsenergie. Oh ja, die werde ich auf jeden Fall jetzt erforschen. Das erhöht nämlich unser Speicherlimit für Energiecredits. Und wir haben eine neue Energiequelle zur Verfügung danach. Wäre momentan sehr vorteilhaft. So, und ich gehe gerade nochmal die Planeten allesamt durch. Hier können wir ein Backhorn-Netzwerk aufrüsten. Und ich glaube, hier setze ich jetzt mal ein... Energiehub? Nein. Ein Kraftwerk hin. Ja. Inklüssig bei einem Roboter. Archäologie-Projekt abgeschlossen. Archäologen auf Manboard 2a haben ein kurzes digitales Voltaum-Pamphlete geborgen. Anscheinend gaben die Missionare auf diesen Außenkosten solche Pamphlete an ankommende Alien-Händler weiter. Die Daten sind größtenteils beschädigt, aber es werden mehrfach die große Lüge und die Fesseln der virtuellen Realität erwähnt. Oh schön, die Fesseln der virtuellen Realität werden wir demnächst wahrscheinlich auch kennenlernen. Ja, weil halt Virtualität momentan so richtig im Kommen ist bei uns. Dabei ist das gar nicht neu, ne? Das gab es ja irgendwie schon vor 30 Jahren. Vor 30 oder 40 Jahren gab es das bereits. War aber noch nicht so ausgereift wie heute und kam bei den Leuten nicht so gut an. Das heißt, es war seiner Zeit damals einfach voraus. So, haben wir wieder ein paar Gebäude zum Aufrüsten. Das ist schön. Okay. Ach, die besteht komplett aus Korvetten, deswegen kann ich die nicht aufrüsten. Ah, das war natürlich schlau. Ich könnte allerdings mal... Firehawk, Firehawk, Firehawk. Ist eigentlich egal, wen davon wir nehmen. Ich werde gerade mal ein paar davon auflösen, dass wir hier im Sollbereich sind. Was hat man denn da? Weltraumtorpedos können wir machen. Die brauchen einen eigenen Slot, Weltraumaußenposten und Kreuzer. Ich gehe definitiv auf Kreuzer. Ich will größere Raumschiffe haben. Achso, die sind schon angedockt. Okay. Sollen wir die alle zu einer Flotte vereinen? Ach komm, was soll's. Vereinen wir die einfach alle. Schön. Jetzt haben wir da acht Hammerhead-Zerstörer und 34 Firehawks. Das ist ja krass. Das ist schon extrem krass. Bei den Firehawks könnten wir auch mal gerade gucken, ob wir irgendwas ändern könnten vielleicht. Rote Laser könnten wir da dran setzen. Was wir auf die Atomraketen haben, eine Reichweite von 50. Das Ding macht einen Schaden von 5,51. Okay, die Lasers sind definitiv schwächer. So, mit Plasma-Werfern. Die haben zwar eine geringere Reichweite wie die Atomraketen. Okay, warte. Das machen wir folgendermaßen. Wir setzen einen Plasma-Werfer hin und da das Ding. Radarsystem 2 wäre vorteilhaft. Okay. Speichern geht nicht, weil wir nicht genügend Energie haben. Ja, das ist momentan eher ungünstig, die Energieverteilung. Aber was soll's. Wir überschreiben das hier mal. Und dann würde ich sagen, rüsten wir die Flotte nochmal auf. Kostet zwar einen Haufen Kohle, aber ganz ehrlich, wir haben es ja. Sehr schön. Toll. Und wir sind jetzt im Minusbereich. Ja, ich kann dir auch sagen, warum wir im Minusbereich sind. Wir sollten vielleicht mal schnell anfangen, hier Bergbaustationen hinzusetzen. So, da geht's ja nicht, aber hier, nee, da geht's auch nicht. Da brauchen wir's nicht. Und zum Schluss machen wir das dann hier. So, okay. Also die Musik wieder extrem laut gerade. Ah, jetzt kann man hier eine Bergbaustation hinsetzen, weil das in unserer Reichweite ist. Und das da gehört natürlich auch zu uns. Also die Musik ist schon extrem geil. Kannst du sagen, was du willst. Wie man sieht, wir wachsen schön langsam, aber sicher. Ich würde nur ganz gern die ein oder andere Station oder einen dieser Außenposten abreißen, aber dazu bräuchten wir jetzt hier irgendwo einen Planeten. Wir müssen also schauen, dass wir irgendwo einen Planeten finden. Ach, und das hier ist so eine Art Nebel des Krieges oder was? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Yay, pass mal auf. Ich gehe gerade mal auf Spiel speichern. GDI. Jawohl. Überschreiben. So. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Hier, wegen YouTube und YouTube-Kommentare. Das fällt mir gerade so ein. Ich habe momentan ein Problem auf YouTube und zwar werden mir manche Kommentare einfach nicht angezeigt. Es gibt Videos, also nicht nur bei mir auf dem Kanal, sondern auch bei anderen YouTubern. Da wird zum Beispiel angezeigt, dass ein Kommentar vorhanden ist oder dass zwei Kommentare vorhanden sind oder von mir aus auch fünf. Es wird aber kein einziges angezeigt oder von fünf Kommentaren werden bloß zwei angezeigt. Ich habe dann mal geguckt. Es gibt ja eine Funktion, dass du Kommentare filtern kannst bzw. dass bestimmte Kommentare zur Überprüfung noch ausstehen. Habe ich mal reingeguckt, da waren jede Menge drin bei mir. Weil YouTube aus irgendeinem Grund, ja, wie soll ich sagen, die haben aus irgendeinem Grund tonnenweise Kommentare einfach mal als Spam markiert. Wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar fanden die das saulustig. Ja, jedenfalls, ich habe die ganzen Kommentare alle freigegeben. Zumindest die, die wirklich kein Spam waren. Es waren auch ein paar drunter, die, ja, könnte ich zum Mars schicken. Und selbst da oben würden sie mich noch aufregen. Aber, wie dem auch sei, wenn irgendjemand einen Kommentar schreiben sollte und ich kann den nicht oder antworte nicht drauf, dann liegt es daran, dass ich ihn nicht lesen kann wahrscheinlich. Zumindest ist das aktuell der Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Problem scheinen auch andere Leute zu haben. Die wissen allerdings auch nicht, woran es liegt. So, was macht denn jetzt unsere Forschung aktuell? Ach ja, F4. Das war jetzt ausnahmsweise mal richtig. Das war jetzt richtig. Bis zum nächsten Mal.